oi 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 alles klar Jericho warum stehen wir hier rum wenn es überall jede Menge Action gibt jede Menge Action will er haben stürzen wir uns in die Action ja und Siegesgewehr Siegesgewehr Raider natürlich was sonst Habt ihr das gesehen? Krass Hast du das gesehen Jericho? Jede Menge Action hat es gerade gegeben nur für mich Ich dachte mir das können noch nicht alles meine Granaten gewesen sein Nicht der gescheiteste Super Mutant Ok Hab ich die erste Echt verfehlt? Nooo Der wird mir doch nichts ins Gesicht schießen oder? Nein bitte nicht Warum ist der Sniper so gut? Gefährlich 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 Ach manchmal nicht anscheinend Wollen Sie mich verarschen? Ich werde dir den Arsch aufreißen Ich weiß nicht Ich muss den Arsch aufreißen Ich muss den Arsch aufreißen Ich werde den Arsch aufreißen Das ist immer einfach verdammt gut. Okay. Ich hoffe, auf mich zu schießen, Idioten. Und da montieren wir die erste Todeskale. Oh, was zum Teufel war das wieder da?